Das ist Zinanswoche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Ein dickes Hallo zur heutigen fetten Ausgabe von Zinanswoche, die Show. Ich habe eine pickepackevolle Sendung für euch vorbereitet, die sich mit dem Thema Adipositas oder auch Fettsucht auseinandersetzt. Macht es euch gemütlich, mampft euch ein Eimer Eis rein, verdrückt 5 Pizzen und schlurft ein Kübel Eistee. Viel Spaß! Peter T., keine Ahnung wie alt und keine Ahnung woher, hat mir einen Euro geschickt und mir folgende Botschaft übersandt. Hey Zinan, ein bisschen mehr Fun in deiner Sendung wäre wieder gut. Was wagst du es mir zu sagen, was in meiner Sendung gut wäre oder schlecht wäre? Aber okay, für ein Euro denke ich zumindest mal drüber nach. Stimmt das? Kommt der Humor in meiner Sendung zu kurz? Um das herauszufinden, habe ich eine repräsentative Umfrage unter meinen 4000 Instagram-Followern gestartet. Und siehe da, Peter hatte recht. 58% der weltweit coolsten Community ist der Meinung, meine Sendung könne ein klein bisschen mehr Fun vertragen. Für 10% der Befragten spielt das gebotene Fun-Level meiner Sendung keine größere Rolle, denn sie stimmten für Ich gucke deine Scheiß-Sendung eh nicht. Wie gemein. Aber gut, Kunde ist König. Gemeinsam mehr lachen. Aber ist das überhaupt noch so leicht möglich? In einer düsteren Welt voller Krisen, Kriegen und Katastrophen. Was gibt es da überhaupt noch zu lachen? Und wie kannst du überhaupt lachen, während es anderen Menschen gerade sehr schlecht geht? Und Moment mal, Lachen beinhaltet doch auch immer die Möglichkeit, dass man über andere lacht. Und das geht 2024 natürlich überhaupt nicht mehr. Nicht, dass wir hier so einen Schmuddelhumor feiern, wie von diesem Typen damals, diesem Stefan Raab. Brisant, das Gossip-Magazin der ARD, hat nämlich festgestellt. So ein TV-Comeback von Stefan Raab wäre problematisch. Problematisch? Was? Worum geht's? Es gibt nämlich ein großes Aber. In den letzten neun Jahren hat sich aber eine wichtige Sache verändert, die zur Figur Stefan Raab einfach dazugehörte. Das, was früher bei der breiten Masse gut ankam und ehrlich gesagt auch bei mir, kannst du heute einfach nicht mehr bringen. Schlag den Raab würde nicht mehr funktionieren oder was genau meint sie? Rassistische, sexistische und homophobe Gags. Ein Humor, der Stereotype bedient und eigentlich nur nach unten tritt. Achso, der derbe Raab-Humor würde heute nicht mehr gehen. Danke, lieber wütender Internet-Mob, ihr habt die Welt wirklich zu einem besseren Ort gemacht. Nicht. Lustig finde ich im Übrigen, dass die gute Luisa zugibt, früher selbst über rassistische, sexistische und homophobe Witze gelacht zu haben. Rassistische, sexistische und homophobe Gags. Das, was früher bei der breiten Masse gut ankam und ehrlich gesagt auch bei mir. So viel Ehrlichkeit hätte ich gar nicht erwartet. Aber warum kann sie denn heute nicht mehr darüber lachen? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Tja, irgendwas hat wohl dafür gesorgt, dass wir nicht mehr so entspannt und locker sind wie früher. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf meine Sendung, weswegen Peter zum Ergebnis kommt, dass ein bisschen mehr Fun bei Sinans Woche wünschenswert wäre. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Habt ihr überhaupt verstanden, was für ARD-Brisant und Luisa das Problem am Raab-Video war? Also nur für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt. Raab hatte ein geheimnisvolles Comeback in Aussicht gestellt und anschließend verkündet, dass er im September erneut gegen Regina Halmich boxen wolle. Im besagten Video sehen wir im letzten Abschnitt einen wohlgenährten Raab-Sitzen. Nicht schwer zu erkennen, handelt es sich hierbei natürlich um einen Gag. Ein sogenannter Fettsuit plus Maske soll den Eindruck vermitteln, dass Raab während seiner Medienabstinenz ordentlich Funde draufgepackt habe. Gerade mit Blick auf einen Boxkampf spielt die körperliche Fitness des mittlerweile 57-Jährigen eine wichtige Rolle. Aber darf man 2024 noch lachen? Also über Fette? Ist das wirklich witzig? Hallo? Es gibt da draußen wirklich 57-Jährige Menschen, die ekelhaft fett sind? Darüber macht man keine Witze. Aber bedenke, wer die Liste der Dinge, über die man nicht mehr lacht, immer länger macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Okay, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass ein kleiner Witz über die eigene Fitness auch 2024 hoffentlich noch kein Grund dafür ist, als problematisch zu gelten. Stimmt's, Luisa? Hm? Das war doch nur so ein bisschen bewusst übertrieben, weil du wusstest, dass dieser überempfindliche Schwachsinn schön triggert. Oder? Aber nur weil hier die Empfindlichkeit mal etwas zu sensibel ausgefallen ist, heißt das ja nicht, dass es kein Fettshaming da draußen gäbe. Schauen wir dafür doch einfach mal bei einem Instagram-Kanal von Curvy Maria vorbei. Ein Plus-Size-Fashion-Relationship-Blogger-Frau-Dings mit ganz viel Body-Positivity und Self-Love. So wie viele andere Internet-Menschen auf Instagram auch, teilt Curvy Self-Love Maria Videos von ihrem Tag. Okay, bis hierhin alles mehr oder weniger normal. Schauen wir doch mal in die Kommentarsektion. Wie fallen die Reaktionen auf ihre Provokation, äh, ich meine ihr schönes Video, aus? Alan schreibt, einfach ein lebender Kompost. SeriousPainVS kommentiert, ich hab mich umgedreht, da war sie auch. Dieser MP fügt hinzu, Ehering kommt im Pizzakarton. Sven schreibt, sie fällt von beiden Seiten aus dem Bett. Oh Gott, nicht lustig. Das ist Fatshaming und nicht okay. Das fällt auch Sassy Tattooista auf, weswegen sie kommentiert, die Hate-Kommentare sind so abartig hier. Was stimmt mit euch nicht? Würdet ihr Menschen in der Öffentlichkeit auch sowas sagen? André nimmt diesen Einwand sehr ernst und erwidert, das Leben ist hart, zieh dir einen Helm an und halt deinen Maul. Alter, schweig. Sinan. Hä? Äh, äh, wer spricht da? Ich bin es, dein Gewissen. Ja, hallo. Was, was gibt's denn? Lass den Scheiß. Du kannst mehr, als dich über dicke lustig zu machen. Ja, okay, es tut mir leid. Aber, aber Peter hat gesagt, ich soll ein bisschen mehr Fun machen. Okay, genug gelacht. Jetzt aber mal ernst. Na gut, blödes Gewissen. Dann mal ran an den Speck. Übergewicht ist ein dickes Problem. Gerade für westliche Zivilisationen. Mehr als eine Milliarde Menschen leiden an Adipositas. Übergewicht, die Pandemie der Kilos. Die WHO warnte seit mehr als 20 Jahren vor einem weltweiten Problem. Epidemie mit gravierenden Folgen. Deutschland muss dringend etwas gegen Adipositas tun. Die Schlagzeilen und Artikeldichte zu diesem Thema ist wirklich gewaltig. Und die Tendenz geht auch noch in die falsche Richtung. Deutschland wird fetter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das denn ein Problem für die gesamte Gesellschaft oder nur das Problem der Dicken? Naja, die Frage ist relativ einfach und schnell zu beantworten. Wir leben in einer Solidargemeinschaft. Wir überlassen Menschen, die Hilfe brauchen, nicht einfach ihrem Schicksal. Nein, wir helfen ihnen. Vor allem finanziell und gesundheitlich. Was mehr oder weniger dasselbe ist. Tja, und da können wir jetzt noch x-tausend weitere Beiträge über Body Positivity von fettleibigen Menschen zeigen. Eines wird sich dadurch nie ändern. Übergewicht ist und bleibt krass ungesund und damit auch teuer. Für alle. Dann bist du ja genauso oberflächlich. Wie kannst du denn, weil du legst, aussehen mit Gesundheit gleich? Ja, wie kann man denn bloß Aussehen mit Gesundheit gleichsetzen? Es mag für manche überraschend kommen, aber einen ungesunden Lebensstil wird man früher oder später ziemlich eindeutig am Aussehen erkennen können. Hey Alfred, zeig mir mal zwei Personen. Beide sind gleich alt. Die eine Person ist sportlich und gesund, die andere Person ist übergewichtig und krank. Danke. Würden wir 1.000 Menschen befragen, welche Person gesünder aussieht, würden 1.000 Menschen natürlich die schlankere Person wählen. Ja, der Vergleich ist gemein, weil der Dicke auch irgendwie direkt mal aussieht wie ein Penner. Aber ich denke, man versteht, worauf ich hinaus will. Man kann die Gesundheit sehen. Wir Menschen sind sogar sehr gut darin, die Gesundheit eines anderen Menschen zu erkennen. Das wurde bereits in Studien getestet und bewiesen. Ist auch nicht schwer zu erklären. Auch wenn es fies klingt, es hat einen evolutionsbiologischen Vorteil, sich von kranken Menschen fernzuhalten. Man kann jetzt wie immer über Details und Formulierungen von mir streiten. Aber eines ist klar, ungesund kann man optisch erkennen. Bleibt jetzt noch die Frage, ist denn Übergewicht immer ungesund? Für dich ist Aussehen, wenn jemand schlechter aussieht, dann hat er sich schlechter bewegt oder macht weniger. Was ist denn schlecht? Gute Frage. Was ist denn schlecht an Übergewicht? Die Liste ist lang. Bluthochdruck, erhöhter Blutzuckerspiegel, gestörter Fettstoffwechsel, erhöhte Harnsäure, was dann Gicht, Nierensteine oder Nierenversagen zur Folge haben kann, niedriggradige Entzündung, verstärkte Blutgerinnung und Endothelial, ich bin kein Arzt, mein Dysfunktion. Klingt super. Aus all diesen schönen Dingen entstehen dann erhöhte Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs. Und weil das alles so schlecht ist, verursacht das Ganze auch enorme Belastungen für das Gesundheitssystem. Auf der einen Seite natürlich finanziell. Wie ich sagte, wir leben in einer Solidargemeinschaft. Durch das Prinzip der Krankenkassen wird jedem geholfen. Koste es, was es wolle. Auf der anderen Seite belasten wir uns aber nicht nur finanziell, sondern auch personell. Ärzte und Pfleger müssen die steigende Zahl übergewichtiger Patienten betreuen. Und das führt nicht immer zu großer Begeisterung unter Ärzten. Hier mal ein kleiner Auszug aus dem Buch Von Bluterguss bis Exitus aus dem Alltag eines Assistenzarztes von Florian Thek. Auf der Seite 180 beschreibt er seine Erfahrungen bei der Behandlung von fettleibigen Menschen. Schließlich war der Oberarzt mit seiner Untersuchung fertig. Schwerste diabetische Poloneuropathie bis fast unters Knie und diabetisches Fußsyndrom mit Gangräm des gesamten Vorderfußes. Teilweise infiziert, sagte er laut. Daraufhin etwas leiser und zu uns gewandt. Mal sehen, was wir von diesem Fuß noch retten können. Schließlich warnte er sich direkt an Frau Kramer. Frau Kramer, Sie brauchen zunächst Antibiotika und eine gute Zuckereinstellung. Dann müssen wir die Knochen und die Gefäße Ihres Fußes untersuchen und schließlich werden wir sie dem Chirurgen vorstellen. Der wird ein Stück Ihres Fußes abnehmen müssen. All das zumindest, was bereits schwarz ist. Sie haben ja gesehen, wie vorhin der kleine Zeh schon von selbst abgefallen ist. Wir müssen verhindern, dass dieser Prozess unkontrolliert weitergeht, damit das Ganze wieder heilen kann. Frau Kramer machte den Eindruck, als hätte sie aufmerksam zugehört. Als er geendet hatte, blieb ihr Blick auf Dr. Ranner haften. Wahrscheinlich hatte sie die Aussicht, weitere Teile ihres Fußes zu verlieren, dann doch geschockt. Tatsächlich ergriff sie das Wort. Bekomme ich denn jetzt noch ein Mittagessen? Das war alles, was sie mit ihrer stumpfen Stimme und ihrem offensichtlich noch stumpferen Hirn hervorbrachte. Meine ungnädige Stimmung verwandelte sich in manifesten Ärger. Aber diese Dicken waren irgendwie zu viel für mich. So, sind jetzt alle stinksauer auf die ganzen Fetten da draußen, die uns das Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer machen? Ja? Dann schluckt diese Wut jetzt runter und folgt mir in die sachliche Analyse. Denn ja, das ist der aktuelle Ist-Zustand. Aber sauer auf irgendwen sein und daraufhin wahlweise über Dicke ablästern oder sich über sie lustig machen, wird dieses Problem nicht lösen. Wir müssen etwas ändern, sodass weniger Menschen von Fettsucht betroffen sind. Aber was? Um das herauszufinden, müssen wir folgende Frage klären. Wer oder was ist schuld daran, dass immer mehr Menschen immer fetter werden? Exakt diese Frage stellte auch Eckart von Hirschhausen in seiner WDR-Sendung. In Deutschland ist jeder zweite Erwachsene übergewichtig. Und immer noch tun wir so, als wären das alles Einzelfälle. Schuld sind die Dicken selbst, oder? Ja, die Dicken sind selbst schuld. Moment mal, ist das wirklich so einfach? Äh, ja klar. Sie müssten ja nur aufhören, sich diese hochkalorische Nahrung völlig unkontrolliert in den Rachen zu schmeißen. Diese Schweine. Das Gemeine ist nur, unser Belohnungszentrum sagt uns im Grunde genau das Gegenteil. Dass das Belohnungszentrum hier in der Mitte vom Gehirn dargestellt unwahrscheinlich schön reagiert hat. Auch bei Ihnen auf Nahrungsmittel, die hochkalorisch sind, viel Zucker haben. Aber nachdem Sie dann fünf Tage lang hochkalorisch gegessen haben, ist es sehr spannend und überraschend zu sehen, dass Sie jetzt sogar noch viel stärker reagieren. Wow. Statt einer natürlichen Bremse bei Überkonsum verlangt unser Gehirn nach immer mehr. Mein Belohnungszentrum will andere Dinge als ich? Leider. Ja, das ist ja irre, wie das auseinanderfällt. Ich hatte selber das Gefühl, ich kann dieses hochkalorische Zeug nicht mehr sehen. Aber mein Hirn sagt, mehr, mehr, mehr. Die Sucht kickt. Und hinter diesem, was wir hier sehen, steckt das Dopaminsystem. Also das ist das Belohnungssystem im Gehirn, das auch auf Drogen beispielsweise anspricht. Und da gibt es keinen stärkeren Stimulus, den wir kennen, der uns antreibt als Menschen. Und da haben wir den Salat, also den Mayo-getränkten Fleischsalat. Wie der Name schon sagt, ist Fettsucht eine Sucht. Eine Sucht nach Zucker, Fett, Kalorien. Im Grunde nichts anderes als eine Drogensucht, der immer mehr Menschen verfallen. Auch wenn Drogenlegalisierung gerade im Trend liegt, sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, den Zugang zu diesen Drogen etwas zu beschränken. Die Werbung und Supermärkte sind voll mit Dingen, die nichts mit Ernährung zu tun haben, sondern im Grunde einfach nur Suchtstoffe sind. Wie absurd ist das denn? Die Regale sind voll von Zeug, was keiner braucht und keinen gesund macht. Würde man alle Produkte rausschmeißen, die einfach nur süß oder salzig und fettig sind, wären Supermärkte nur ein Drittel so groß wie jetzt. Aber? Stattdessen mischen wir diesen industriellen Zucker, diesen scheiß Kornsirup überall rein, dass wir uns ständig berauschen und uns gewöhnen an einen Grundlevel an Süße, der einfach total unnatürlich ist. Der dummerweise auf unser evolutionäres Belohnungszentrum wahnsinnig gut wirkt, aber uns krank macht. Haben wir damit die Frage geklärt? Ist die Lebensmittelindustrie an der Fettsucht der Menschen schuld? Ist es am Ende der Kapitalismus, der die Schwäche der Menschen ausnutzt und sie in die Drogensucht lockt? Würde eine Zuckersteuer, ein Werbeverbot, ein Verkaufsverbot das Problem endlich lösen? Aufmerksame Sinas-Woche-Zuschauer haben es vielleicht schon geahnt. Am Ende geht es auch bei dieser Frage mal wieder um den freien Willen. Können wir beim Thema Ernährung auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen? Oder muss der Staat das Ganze für uns regulieren? Und hier hängt es mal wieder davon ab, welches Menschenbild man ansetzt. Bezogen auf den politischen Kompass heißt das, brauchen wir eine autoritäre Entscheidung? Dann könnten Maßnahmen sein Zuckersteuer, Zugangsbeschränkung, Werbeverbot. Oder setzen wir auf eine freiheitliche, liberale Lösung. Dann könnten Maßnahmen sein Aufklärung, Anreize für mehr Bewegung schaffen, Hilfe zur Selbsthilfe. Achso, und falls das nicht klar sein sollte, man kann natürlich wahlweise auch beides machen. Sowohl autoritäre, regulierende Maßnahmen wie eben auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das Problem an autoritären Maßnahmen ist natürlich, dass man in einem kapitalistischen System, in dem wir nun mal alle leben, häufig gegen starke Gegner kämpft. Kinder sehen täglich im Internet und Fernsehen 15 Mal Werbung für ungesunde Produkte. Die Lebensmittelindustrie wehrt sich seit Jahren gegen Werbebeschränkungen oder eine sinnvolle Zuckersteuer. Sie meinen Schuldsein hauptsächlich mangelnde Bewegung und Aufklärung. Ausbaden dürfen das die Betroffenen selbst. Und hier sind wir natürlich auch mal wieder bei der Frage, wer ist für mein Problem eigentlich verantwortlich? Ja, es ist scheiße, wenn wir schon Kinder massiv mit Werbung für Süßigkeiten vollballern. Und es ist auch scheiße, wenn man in den Supermarkt geht und der ganze Laden ist voll mit süchtig machenden und wirklich günstigen Drogen. Aber wenn ich der Leidtragende bin, also ich am Ende meine Gesundheit durch die Fettsucht beeinträchtige, dann stellt sich mir die Frage, warte ich, bis die Gesellschaft, der Staat, dieses Problem für mich löst? Mir meine Drogen vielleicht wegnimmt? Oder versuche ich irgendwie den Schritt in die Eigenverantwortung zu gehen und einen Weg zu finden, dass mich diese Verlockungen nicht mehr bekommen? Es ist vermutlich wenig verwunderlich, dass ich diesen Weg immer favorisieren würde. Ein weiterer Grund, warum ich Zuckersteuer oder Werbeverbote eher skeptisch sehe, liegt in der Ursache für die Fettsucht. Und habe dann irgendwann angefangen, okay, ja klar, wir müssen am Essen arbeiten, klar. Wir müssen an der Bewegung arbeiten, auch klar. Aber wir müssen vor allen Dingen an der Frage arbeiten, was ist hier das Problem? Ja, wir können den Zugang beschränken, wir können die Suchtstoffe teurer machen, wir können manches verbieten. Aber wie die Dame hier ganz richtig fragt, was ist eigentlich das Problem? Denn egal ob Drogenjunkie, Alkoholiker, Nikotinabhängiger oder eben Fettsüchtiger, die Sucht ist ja nur das Symptom. Dem Ganzen liegt ja eine Ursache zugrunde. Warum rutschen Menschen da rein? Diese Gründe werden wir mit autoritären Maßnahmen ja nicht verändern. Übergewicht ist in erster Linie das Ergebnis eines psychologischen Problems. Die häufigsten Ursachen, die zu Adipositas führen, sind Depressionen, Ängste, Einsamkeit, Stress, Leistungsdruck oder Frust. Wenn wir diese Faktoren nicht angehen, können wir Zuckersteuer und Werbeverbote so viele errichten, wie wir lustig sind. Es wird den Menschen nicht helfen. Dann werden sie halt nicht fettsüchtig, sondern von irgendwas anderes süchtig. Und am Ende schaden sie wieder sich selbst und damit auch der Gesellschaft. Es ist doch im Grunde recht einfach. Je mehr zufriedene Menschen eine Gesellschaft produziert, desto weniger selbstschädigendes Verhalten entwickelt der Einzelne, was wiederum für alle am besten ist. Und welche Maßnahme kann man ergreifen, um die Menschen irgendwie zufriedener zu machen? Naja, ich zum Beispiel versuche unterhaltsame Videos zu produzieren, die sowohl aufklären als auch motivieren. Bevor wir noch einen kleinen Abstecher in die Outdoor-Welt machen, blicken wir einmal kurz auf die wirtschaftliche Lage von Finanzwoche, dem zuschauerfinanzierten YouTube-Format. Die letzte Sendung hat mal wieder enorm viel liquide Mittel ins System gespült. Kurz und schmerzlos. 900. 99 Euro gab es seit letzter Woche aus der Community. 45 Mal wurde exakt 1 Euro überwiesen. Der größte Support in der letzten Woche betrug unglaubliche 500 Euro. Danke, Ulrich. Und falls ihr bei 500 Euro skeptisch werdet und euch denkt, komm, niemand überweist derart viel Geld und will nicht irgendwie Einfluss auf die Sendung nehmen. Das ist die Botschaft, die Ulrich zu seinen 500 Euro beigefügt hat. Danke, weitermachen. Okay, Chef, mache ich. Sinans Woche. Outdoors. Alle verrückt im Internet. Was dagegen hilft, raus in die Natur und mal richtig schön offline sein. Das habe ich letztes Wochenende gemacht. Diesmal allerdings nicht alleine. Volker, ein Zuschauer von Sinans Woche, kontaktierte mich via Instagram und lud mich zu einem Survival-Einsteiger-Kurs ein, den er mit seiner Outdoor-Schule Survival NRW anbietet. Warum das eine gute Idee war? An normalen Tagen kann es passieren, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe und grauenhafte eine Stunde und acht Minuten meines Lebens auf Instagram vergeude. Please judge me. Verurteilt mich und meine Handy-Sucht. Ich brauche das. Vielleicht hilft die Scham ja dabei, das Problem endlich in den Griff zu bekommen. Was auf jeden Fall hilft, ist ein Survival-Kurs, bei dem man sein Handy am Parkplatz direkt mal in den Flugmodus versetzt. Am besagten Samstag habe ich dann nur noch acht Minuten meines Lebens auf Instagram verschwendet. Und diese natürlich vor Beginn des Kurses. Doch was habe ich dort eigentlich gemacht? Ich habe gelernt, wie man mittels Kompass und Karte navigiert. Ich bin mit Menschen, die ich noch nie zuvor getroffen habe, durch Wälder und Felder gewandert. Wir haben einen reißenden Fluss überquert. Oder so ähnlich. Dazu gab es noch Schnitzen, Schelterbau und alles, was man zum Thema Feuermachen wissen muss. Was ihr hier seht, ist im Übrigen kein saftiger Schinken. Nein, es ist Kienspan, harzgetränktes Kiefernholz, mit dem man selbst bei feuchtem Wetter und Regen die Chance hat, ein Feuer anzubekommen. Und ich weiß jetzt, wie man dieses Zeug findet. Die Nacht war dank der unfassbar warmen Temperaturen am letzten Wochenende jetzt nicht besonders herausfordernd. Es war vielmehr so, dass ich durch meinen Schlafsack, der für extreme Kälte ausgelegt ist, eher das Problem der übermäßigen Hitze hatte. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, ist ein gebrauchter Sommerschlafsack schon bestellt. Und wer jetzt sagt, bah, ein gebrauchter Schlafsack, heul nicht rum, bisschen waschen und gut ist. Man muss ja nicht immer alles neu kaufen. Am nächsten Tag gab es erneut eine 7 Kilometer lange Wanderung inklusive Vortrag rund um das Thema Trinkwasser. Wo bekommt man welches her? Wie sollte man es aufbereiten? Was nutzen Filter? Hätten Fritz Meinecke und Survival Martin diesen Kurs mal vor der dritten Staffel 7 vs. Wild absolviert, wären sie vermutlich etwas weitergekommen. Was mir auch besonders gut gefallen hat, war das mentale Training, das Tobias, einer der Kursleiter, mit uns gemacht hat. Dabei ging es vor allem darum, immer wieder nach kleinen Möglichkeiten im Alltag Ausschau zu halten, um die eigene Stressresistenz zu steigern. Manche sprechen auch von Resilienz oder Widerstandsfähigkeit. Alles Dinge, die ja gerade auch mit der stoischen Philosophie sehr gut zusammenpassen. Zuschauer meiner Sendung wissen, Stoizismus und Sinan, das passt einfach sehr gut zusammen. Wer nicht weiß, worum es geht, einfach mal die Folge zum Stoizismus reinballern. Ein Tipp von Mental Coach Tobias musste ich natürlich direkt einmal ausprobieren. Um seine eigene Stressfähigkeit weiter zu schärfen, empfahl er der Gruppe, mit dem kalten Duschen anzufangen. Und zwar nicht am Ende der heißen Dusche und auch nicht als einmalige Aktion, sondern ab jetzt einfach immer. Alles klar, seit letzten Sonntag nehme ich jeden Morgen eine kalte Dusche. Nach bereits zwei Tagen habe ich festgestellt, dass es keine Überwindung mehr war und spätestens ab dem dritten Tag fing ich an, mich auf die frische Dusche am Morgen richtig zu freuen. Ob man durch die kalte Dusche jetzt gesundheitlich noch weitere Vorteile bekommt, wird sich zeigen. Das Sparen der Energiekosten für den Durchlauferhitzer ist unabhängig davon auf jeden Fall jetzt schon ein riesiger Pluspunkt. Ganz generell geht es bei all diesen Übungen vor allem darum, die Grenzen der eigenen Komfortzone immer wieder etwas nach außen zu drücken. Hat man jetzt mal kein warmes Wasser mehr? Kein Problem, kalt duschen stresst mich nicht mehr. Fällt mal eine Mahlzeit aus? Kein Problem, eine oder mehrere Tage nichts zu essen? Stresst mich nicht mehr. Die allermeisten alltäglichen Situationen haben eigentlich nicht das Zeug, uns zu stressen. Dennoch wirken viele Menschen unglaublich schnell gestresst. Und wenn kleine Herausforderungen, wie zum Beispiel kalt duschen, schon dafür sorgen können, etwas resilienter gegenüber Stresssituationen zu werden, ja, dann will ich das natürlich gerne ausprobieren. Ich hatte auf jeden Fall ein cooles Wochenende mit ganz wenig Bildschirmzeit, vielen tollen Gesprächen und Inspirationen. Kann ich so einen Survival-Einsteiger-Kurs empfehlen? Ja, kann ich. Volker und Tobias bringen wirklich viel Fachwissen mit. Vor allem auch darüber, was darf ich überhaupt? Was für Messer darf ich führen? Wo und wie darf ich im Freien übernachten? Darf ich Feuer machen? Spoiler, nein. Also, es gibt Ausnahmen. Falls euch so ein Kurs interessiert, findet ihr in der Videobeschreibung die Adresse zur Website. Hinweis und Transparenz. Abgesehen davon, dass ich zum Kurs eingeladen wurde, bekomme ich von Survival NRW kein Geld und keine Provision. Ich kann und sage über diesen Kurs, was immer ich möchte. Ich würde niemals etwas empfehlen, was mir nicht selbst gefallen hat. Das Einzige, was man meiner Meinung nach verbessern könnte, wäre die Lage des Waldstücks, in dem das Outdoor-Training stattfindet. Da das Ganze nämlich direkt an einer Landstraße liegt, sorgt der permanente Autolärm dafür, dass sich kein wirkliches Survival-in-der-Wildnis-Gefühl einstellt. Das ändert zwar jetzt nichts an der Qualität der vermittelten Inhalte, schmälert aber natürlich das Outdoor-Erlebnis. Aber wer weiß, vielleicht kommen Volker und Tobias ja irgendwann noch an ein etwas abgelegeneres Waldstück ran. Wenn ja, sagt mir gerne Bescheid, dann komme ich gerne wieder vorbei. Das war Sinans Woche die Show. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und motiviert rauszugehen und das Leben zu genießen. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.